Herr Bürgermeister, der Bauhof ist ein Kooperationsprojekt der Gemeinden Dünserberg und Düns. Wie wichtig sind denn generell solche Kooperationen für eine kleine Gemeinde, wie eben Dünserberg sie ist? Ich glaube, Kooperationen stellen den neue Daseinsberechtigungen speziell auch für kleinere Kommunen dar. Wir kooperieren in unterschiedlichen Bereichen. Dünserberg hat weit über 50 Kooperationsformen und Partnern und somit können wir natürlich unsere vielfältige Aufgabe in einer Qualität, in einer Nachhaltigkeit erfüllen, die die heutige Zeit natürlich erfordert. Und die Kooperation, die jüngste mit dem Bauhof und der Nachbargemeinde Düns, ist wieder exemplarisch dafür eine solche. Wir bieten damit den Bürgern die Möglichkeit, eine entsprechend vorbereitete und aufbereitete Infrastruktur im Dorf zu bekommen. Die Schneeraumung wird darüber geregelt, die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung, der Grünmüll wird gesammelt. Also man sieht eine Vielzahl von Tätigkeiten, die über eine solche Einrichtung abgehalten werden. Und in einer Kooperation ist natürlich die Wirtschaftlichkeit und der Betrieb einer solchen Anlage wesentlich effizienter durchzuführen.